yo leute was geht ab ja willkommen zu meinem kanal im minecraft player ja also ich werde euch freuen also ich werde euch spielen das was über minecraft geht als alle was über minecraft geht um ja dann gehen wir mal an das drücken gut dann lecker 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 aber ich lasse schweine so wie man Na, vielleicht, äh, an Hause bauen. Der ist voll... Der ist... Ich muss mir gerade um den Scheißballern... Ich will mir... Der ist... Und legen wir los. Das es vielleicht so lang wird, glaube ich, mache ich... Ja, das... Ich mache mal Pause damit, ja. Und... Also, jetzt sieht es einmal so aus. Ja, also, jetzt seht ihr... Ich mache mal ein bisschen weiter. Und, ja, tschau. Ich bin schon gerade fast fertig. Ja, also... Dann viel Spaß mit dem Video. Und lass einen Daumen nach oben. Und abonniere meinen Kanal, damit... Mein Kanal, damit ihr keine weitere Video verpassen könnt. Ich mache es... Über Minecraft, aber... Ja, und... Okay. Ja, Leute, kurze Info. Also, ich habe das Spiel, äh, nicht... Äh, gekauft. Das kostet eigentlich 6,99 Euro. Ich habe das Spiel nicht gekauft und dann... Ich habe das Spiel nicht gekauft und dann was anderes gemacht. Wenn ihr das sehen wollt, in 50... 50 Abonnenten, dann zeige ich euch, wie das geht. Ich schwöre. Wenn das... Wenn... Dann sage ich... Wenn das nicht geht, dann... Dann sage ich euch, wo ich wohne und alle Adresse. Dann könnt ihr alles... Du... Wie steht das, Mann? Wenn ich jetzt das nicht mache. Also, gehackt sowas. Keine gehackt, aber... Kostenlos runtergeladen. Ja. Das war kurz Info. Wow, hier ist voll dunkel. Ich mache mal die Tür. Kann man hier lieber bloß rausgehen. Okay. Ich brauche eine Tür. Tür, Tür, Tür. Tür, Tür. Tür. Da ist die Tür. Ja, das war die kurze Info. Also... Also, ich... Es sieht jetzt nicht so extrem gut aus, aber... Es ist jetzt eigentlich doch besser als gar nicht da. Jetzt war ich da. Da. Nicht so schasse sowas. Ich nehme lieber da. Oder? Doppelbettz. Gut. Doppelbetteln wir es. Also meine jetzt sieht es eigentlich so aus. Ich hätte noch ein bisschen, guck. Da noch ein bisschen gegangen, oben. Und dann einfach mir... Ich hab so noch Balkon gemacht. Wäre echt cool, aber nicht. Oder doch. Probieren wir es einfach mal mit dieses. Ja, los, go. Let's go, meinte ich. Hm. Nein, da nicht, da nicht. Weil da habe ich keine Dingsbums, Bums, Dings. Aber egal. Ich mache es einfach nur da. Doch lieber doch nicht. Ich mache hier Balkon. Aber ich kann nicht sagen... Nein, das ist schon... Genau. ich glaube der balkons sieht gut aus also nicht schlecht ich finde es mal sogar auch gut da war der balkon so klein noch ein bisschen so klein stückchen ja so ist gut also das ist jetzt meine hause wenn euch das video gefallen hat dann spaß mit den trinken aber lasst einen daumen nach oben damit ihr keine weitere video verpassen könnt und ja spaß leute ich bin noch nicht mal fertig junge ich mache nur das wenn ich was vergessen warum sage ich die ganze leute ich habe doch gar keine community ich schreibe hier nein nein hey was warte warte ja richtig nein und dann weiter was habe ich jetzt gemacht ich wollte nachts aber wahrscheinlich nicht das ist meine balkon also der der sieht wirklich richtig gut aus das ist meine erstes glaube ich mach mal herrste 1 reib noch dazu weil das sie wirklich richtig gut aus wenn ihr meine gesicht sehen wollt dann geht doch auch mal ab an das kanal da können da könnte meine gesicht sehen also leute strengt euch an abonniere meiner ich bin schon sonst hier ich bin aber nur berühmt werden jeder will berühmt werden schreibt doch unten in die kommentare wenn ihr auch wenn ich bin ihr wollt dass ich euch abonniere wie er heißt oder instagram ich heiße ich heiße beim instagram wo vier vier sieben aber ich glaube das dauert ein bisschen lange glaube ich mal also gibt euch mal das richtig so richtig hammer balkon leute gibt doch ich mache mal hier noch so zettel vielleicht gibt es es gibt keine zettel aber hauptsache richtig cool das ist auch richtig hammer balkon leute oder doch dass das da ist doch noch hier so ein noch je nach weiter 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 noch so ein alter richtig leute finde die auch richtig geil ich schreibe doch unten in die kommentare wenn ihr das richtig cool findet mal sehen was der macht äh 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 äh